Vielleicht treffen wir hier ja das erste Mal auf Gule, wer weiß. Und davon haben wir sie schon, Gule. Ähm, Dogmeat, wo bist du? Genau. So, du bleibst erst mal, nein. So. Oh, wie ich das hasse, wenn der Luke anfängt zu knurren. Und ich habe mich hier gerade festgepackt. Juhu. Ja, wie hatte ich das denn letztes Mal gemacht? Und nein, du gehst nicht da vorne hin. Bleib hier, Junge, beweg dich nicht, bis ich wiederkomme. Bewegt er sich? Nein, der bewegt sich nicht. Sehr schön. Erste Hilfe, Kasten. Äh, H-Klammer. Zugangsterminal, okay. Äh, Systemwarnung. Safe aufschließen. Gut, ich weiß zwar nicht, weshalb das Teil jetzt offen war. Laserwaffenprotokoll. Laserpistole. Tesla und sie. Staubsauger. Dogmeat, du bleibst da, du Drecksthöhle. Dogmeat? Ich meine es ernst, du bleibst da. Dogmeat, du bleibst da, du bleibst da. Deswegen solltest du hierbleiben, du Drecksthöhle. Schnauf, schnauf, ja, das kannst du jetzt sparen. Na los, Junge. Gehen wir, Junge. Wilder Ghoul, vier Kronkorken. Streunder Wilder Ghoul. Zwei H-Klammern. Streunder Wilder Ghoul, vier Kronkorken. Noch ein Wilder Ghoul. Zwei Kronkorken. Gut, das hier wird jetzt auch ein bisschen schwieriger werden, glaube ich. Friendship Station. Hm. Wie freundschaftlich wird es denn sein? Nicht sehr. Tippe ich mal. Denn da drüben warteten, glaube ich, noch ein paar Ghoul auf uns, oder? Oder war das nicht hier? Das hört sich... schon so verdächtig an hier. Apropos Nikolai, Tesla und sie, das könnte man. Großes Buch der Wissenschaften. Bei Tesla und sie. Okay, wo entlang muss ich denn? Jetzt, was sagt die Karte, die Lokale? Ich muss da runter, in Ordnung. Das ist wirklich der einzigste Weg da entlang. Ähm. Da rütt. Hallo? Was ist denn das jetzt? Scheiß Bug. Und wahrscheinlich rennen wir gleich in die falsche Richtung. Tippe ich mal. Jedenfalls hier unten in meinem Deckung bleiben und Quick Save machen. Weil man weiß... Okay, jetzt habe ich mich verjagt von... Äh... Weil eine einzelne Flasche bei mir aufgeplustert wurde. Seht ihr, man weiß nie, was auf einen zukommt. Beispielweise ein Ghoul, der mit einem Super-Mutanten kämpfen muss. Das Vorsicht hatte ich, glaube ich, schon mal erklärt, was das zu bedeuten hat. Bedeutet, dass die schon so leicht wissen, dass... Mann, da ist bei Gefahr, muss man richtige Deckung sein. Damit die einen nicht entdecken. Der hat nur ein Nagelbrett, der hat... Na, Schachtel, Zigaretten und Blow, Zugtrittskarte, okay. Nun ja, besser als gar nichts. Und der? Äh, klasse. Herr Piss you. Du scheiß Hackfresse. Und ich schieße wie immer, du kommst daneben. Bleistift, Vorkriegsgeld. Ja. Besser als nichts, würde ich sagen. Okay, das sieht hier auch schon so leicht ververs aus. Weil hier könnte immer... Entweder eine kleine Falle auf uns warten... Oder sonst was. Und ich würde mal auch sonst was schätzen. Ja, hier müssen wir entlang. Sehr schön. Oh, hab ich mich jetzt... Verlagt. Denn normalerweise kommen Red Kakerlaken... Laken hier nicht entlang. Und normalerweise liegen hier auch keine Gude rum. Was ist hier passiert? Ja, beim letzten Mal hatte ich ja schon so ansatzweise gezeigt. Was passiert, wenn man dagegen schießt? Oh, Chevy Chase. Juhu. Wir sind bald bei Galaxy News Radio. So, wie mir scheint. So, wo entlang müssen wir denn? Dort, okay. Da drüben ist so ein Schutzbunker. In Ordnung. Vielleicht haben mich die Frankensteine noch nicht entdeckt. Achso, nix besonderes drüben ist in Ordnung. Ah. Okay. Ja, sie haben uns entdeckt. Nein, den wollte ich anvisieren. Boom, baby! Bleib doch mal stehen! Was? Was? Yay, und wir haben eine bessere Waffe. Ist das der Schwachkopf, der uns den Hinterhalt versaut hat? Sieht so aus. Muss ein Tourist sein. Ähm, ja. Neuling, Schnauze! Sie bekommen Ihre Ration tot noch früh genug. Mal mit den Wächtern hier rechnen. Ich, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber Sie gehören nicht hierher. Die Supermutanten haben unsere Brüder im Galaxy News Radio Gebäude überrannt. Wir sind auf dem Weg dorthin, um Ihnen zu helfen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Aber bleiben Sie in Deckung und machen Sie keine Dummheiten. Ich und Dummheiten? Okay. Danke für die Hilfe. Ich hatte keine Ahnung, dass dieser Ort so gefährlich ist. Moment, mit wem habe ich es hier zu tun? Ich brauche Hilfe, bitte. Danke für die Hilfe. Sind Sie unter einem Stein hervorgekrochen? Dies ist DC. Die ganze Stadt ist voller Supermutanten. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden... Es werden also neue Rekruten gebraucht? Nein, wieso? Wir haben sowieso schon zu viele örtliche Rekruten. Die meisten sind schlecht ausgebildet und ballern schneller los, als sie sollten. Unser Neuling Reddin ist ein Paradebeispiel. Äh, ich muss jetzt los. Vorsicht da draußen. Okay, hier haben wir einen Toten. In Ordnung. Eine Powerrüstung, nee, die brauchen wir noch nicht. Und, ja, hier liegen ein paar... Supermutanten rum, okay. Das gefällt mir gar nicht. Achso. Ich wollte ja meine Waffe noch aufmöbeln, so ein bisschen. Stimmt ja. Danke, dass ihr mich daran erinnert habt, Leute. Ihr seid wirklich nett. Hehe. Das ist nur ein Streuner, den wir aufgegabelt haben. Der, der drüben auf der 42. dem Haufen Biester begegnet ist. Gut. Uh, zack, in die Presse. Headshot. Der hat auch eine Jagdpintel. Ähm, was hat der hier dabei? Genauso, in Ordnung. Okay. Oh. Oh. Ja, ich weiß, ich bring den Spruch schon ein bisschen oft. Ja, aber... Okay, der Außenposten ist ein Stückchen südlich von uns. Lasst mir doch ein bisschen den Spaß. Nur Krücke habe ich schon, in Ordnung. So, was haben wir denn hier oben so schönes? Oh, eine Sukumutantenleiche, die wir hier oben können. Sehr schön. Okay, haben die schon mal um mich angefangen, oder wie? Ähm, ja, wie komme ich hier jetzt raus? Leute, ich möchte hier raus. Ah, hier, in Ordnung. So, Dogmeat. Stop, stop, stop. Hier ist es zu gefährlich. Beweg dich nicht, bis ich wiederkomme. In Ordnung. Denn das hier wird kein Zucker schlecken. Ähm, ja, denn... Zum Gleichstift ist hier ein Sukumutant... In Ordnung. Aber das meinte ich jetzt nicht. So. Ein paar Gegenstände, die etwas schwerer sind. Hm. Äh, habe ich nichts schweres, was wegkommt? Na gut. Denn hier müsste irgendwo jetzt ein Paladin rumfliegen. So wie hier. Der Paladin. Mit der Waffe. So. Waffen. Fat Man. Alles ruhig hier draußen. Wegtreten. Ein bisschen weiter ab vom Schuss. Ja, sonst. Mein Vater schickt immer nur die Besten. Und Hilfe, habe ich irgendetwas? Ja, Blue Paket kann weg. Fleisch und Bohnen kann weg. Äh, klasse. Mantis, Luca Cola, ja. Stimpak, Staff Boy. Right away. Sonst haben wir nichts mehr, oder wie? Na gut. Wasser, das aufbereitete Wasser. Nee. Dampfanzeige werde ich behalten. Kernspartungsbatterie auch. Äh, Rasenmähermesser brauche ich für eine Waffe. Vorquicks, Geld, Buch, Zündflamme. Hä, hä, hä. So, haben wir sonst noch irgendetwas? Ja, das Altenmetall kann weg. So. Und jetzt müssten wir eigentlich, so, abspeichern. Tja, da hätten wir wieder ein Stück Drecksarbeit erledigt. Wir durchsuchen den Umkreis und kommen gleich rein. Verstanden. 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 Verstanden.